Wir haben spezielles Hauptaugenmerk auf die Beschichtungen gelegt, die sehr, sehr wichtig für den Stechprozess sind, um die Leistungsfähigkeit unserer Produkte darzustellen und haben neben der schon aus dem Fräsen bekannten Silverstar-Beschichtungen nun für die verschleißfesten Stechanwendungen unsere Colorstar-Beschichtungen dort eingeführt. Diese zeichnen sich besonders durch die Mikrostruktur aus. Wir haben dabei einen mehrlagigen Aluminiumoxid-Schichtaufbau verwendet, um eine sehr, sehr feine Korngröße der Beschichtungen darzustellen. Das äußert sich vor allem beim Stechen und Abstechen bis ins Zentrum, wo die Grundsähigkeitsreserven, die Sicherheit für den Kunden darstellen. Mit seinem Know-how verschafft Ceratizit den entscheidenden Vorteil. Wirtschaftliche Produktion heißt auch ein hoher Verschleißschutz. Das gilt nur, wenn die Kombination von Schneidstoffsorte und Geometrie stimmt. Es ist wichtig, dass die geometrische Ausführung der sogenannten Schneidkante exakt ist. Es handelt sich hier um eine mikrostrukturelle Optimierung in diesem Bereich. Das führt natürlich zu einem gleichmäßigen und einem sehr langsam fortschreitenden Verschleiß. Wir reden hier von einer Verdoppelung der Standzeit, die durch diesen neuen Werkstoff, durch neuen Stechsorten erzählt werden. Stechdrehen ist eine der anspruchsvollsten Anwendungen in der Metallzersparnung. Dabei geht es um Präzision, hohe Prozessstabilität und einfache, flexible Handhabung. Und das für alle möglichen Kundenanwendungen. Grundsätzlich geht es darum, dass der Kunde immer mehr sparen muss. Wir haben die neuen Sorten mit ihren Beschichtungen so gemacht, dass sie dem Kunden höhere Standzeiten bieten. Er dadurch eben mehr Teile produzieren kann. Er kann diesen Nutzen auch umlegen, indem er die Schnittparameter erhöht und dadurch die Prozesszeiten verkürzt und damit die Produktivität entsprechend steigert. Zusammen mit den neuen, perfekt auf die jeweiligen Anwendungen abgestimmten neuen Stechsorten der ColorStar und SilverStar-Familie sind wir in der Lage, dem Markt bestmögliche Lösungen im Hinblick auf Produktivität und Zuverlässigkeit anzubieten. Die neuen Stechsorten von Serratizid – eine Klasse für Sie! 1